Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade War Band. Ja, wir haben, ja, Banditen gejagt im letzten Mal. Und ein bisschen Ema geholfen. Und jetzt müssen wir weiter Ema helfen. Ich hoffe, wir bekommen Quests wieder. Wir haben jetzt, was, 44 jetzt? Habe ich das richtig gesehen? Hm. Ist ja wahnsinnig hoch schon. Ja. Oh, ein Blödchen. Gut, nehmen wir das Blödchen. Leinen. Ihr macht die grössten Sachen, hey. Gebt mir jetzt endlich diese Mühle. Wir müssen noch ein bisschen Zeit verbringen. Wie viel? Noch 6 Tagen. Ja, 44. Perfekt. Ist doch Wahnsinn. Also, wir werden auch mit dem, äh, Gildenmeister reden. Training fertig. Ja, schlau-schlau-schlag. Ja, schlau-schlag. Oh. Ist immer noch das gleiche. Ähm, da müssen wir hin Nein, nicht wieder hier landen Ich will mit Pferd Eventuell muss man uns aus der Stadt reiten Und dann wieder hingehen Und dann reingehen Ah, das haben wir noch Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter Ähm, ich habe den Stadtnamen, also den Dorfnamen bei Rizzi WTF? Was ist denn Rizzi? Wo ist die Rizzi? Boah, wir müssen noch Tiere Mist Das muss ja heftig sein Wenn wir jetzt Krieg bekommen mit Rodex Dann haben wir den Arsch Aber das ist auch gut, wenn ich so weit reisen kann Ja Waldbanditen jagen Okay, da ist klar, dass die Krieg machen Dann hat Kaganis bald den Boden Aber es ist das letzte Mal auch am schnellsten Dann gewesen Als ich so ein paar Zwischenschritte gemacht habe Ganz am Anfang und nicht so richtig aufgenommen habe Noch Das war 2002, 2003 2012, 2013 Und ja Damals hatte ich das erste Mal Ein eigenes Reich Und das habe ich auf den Fundamenten Von der Stadt Ja, diese Stadt Ja, diese Stadt da Mit dem schweren Namen Gehabt Das war noch cool Aber ich hatte zu wenig Ehre Ich wurde Relativ schnell dann Bankrott Und die Gegner griffen immer an Ich war ja fast unbesiegbar Auch damals Man wird zu schnell einfach unbesiegbar Das ist Wahnsinn Ehh, einen habe ich erledigt Das reicht mir Und vielleicht den noch Ja, ich kann beide nicht Doch Ich habe es erledigt Der ist einfach nicht so schnell umgefahren Okay Schafschütze Zehntausend habe ich jetzt noch Gebt mir endlich mal Geld Das ist ja Wahnsinn Rizzi? Nein, das ist Haien Wo ist denn Rizzi? Zumbuja Dass es Cannot Care geht, oder? Keine Ahnung Ja genau Karawanen können wir Ähm Angreifen dann Wenn wir Krieg haben Weil Sonst sollte ich nicht zu viel schädigen Boah Mein Bauch Der Brummt Rizzi Die Die zusammenreißen Hm Wann haben wir denn hier So ein bisschen Banditchen Hüge Kaum Blünder Dankeschön Wirklich toll Ist ja nicht normal Wieder Hey Ach Menno Ja ich Ich muss Ich muss jetzt nach Rizzi Da sind die Banditen Schnell Schnell Ich kann mich erledigen Den Der uns angreift Scheiße Ich hab das falsch gemacht Ach egal Man könnte die auf zwei Arten Ding Ich wollte sie töten Das Geld behalten Aber Wir haben ja 1200 Oder wieviel haben wir jetzt gezahlt Ja wir haben ein bisschen Ah nein 1000 1040 ist wenig Können wir denen Hinterher 5 8 5 3 Nein Aber sie haben es falsch gemacht 2 5 3 2 Komm Schneller Builin Ich möchte sie Jagen Die haben so gute Sachen Dabei 3 5 3 2 Jetzt sind wir wieder Langsam Auf freiem Feld Sind die viel schneller Das ist böse Nein Wir werden Bankrott gehen Kurz vor dem Bankrott Muss ich einfach Ein paar Truppen Wegtun Ja komm Noch ein bisschen Jetzt Schön Ja Dann kann man halt immer Die Gegner sind ein bisschen zu dumm Um Weg zu gehen Dann kann man Sie Recht schnell Auch fangen Auch wenn man Langsam ist Ja genau Mitten in den Stein Ja Macht sie bewusstlos Die blöden Truppen Okay den Abblick Er täuschen Kill hab ich Zwei Handwerfen Auf 10 und 8 Sehr schön Wunderbar Prima Es geht mir Endlich mal Bessere Sachen Okay So Menschenjäger Habt ihr gejagt So ein Schrott Nochmal Befördern Ich werde den mal nicht befördern Also wir müssen Also wir müssen Unbedingt in die Wüste gehen Krieg haben ins Hultonat Easy Bitte nicht sterben Also nicht ausgeraubt werden Oh ich will Rebelles Alleine Nehmen Book Rebellet Vielleicht Vielleicht sie raus Locken Oder so Eventuell Okay Nein Nein danke Ja ich werde Wahrscheinlich Kies Wendiger machen Nach Rodox Wie viele Wollen jetzt Rodox Haben So heftigst Auch zu Rodox Ah je 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 Was Der Wohlstand Ist runter Gegangen Wegen was Das wurde Doch nicht Verhört Ey nein Weshalb denn Hey Ist niemand Hier Hey Ich mach das Jetzt mal Das ist ja Wahnsinn Wie viele Truppen Haben wir dort Burg Einfach Burg Nicht Rebellet Scheiben Belagert Die Burg Ein Belagerungsturm 48 Stunden Ja Wahrscheinlich Werden wir Angegriffen Hä So scheiße Die haben Alle Angst Ja Wir können Es schaffen Komm Bitte Ja Nein Ja Genau Ja Aktin Das Große Jetzt Jetzt Nein Rejadin Die haben Die haben Rejadin Angegriffen Jetzt Greifen Sie an Gebt auf Wo die Schlag Ich Das Wahnsinn Flammen Flammen Niedlich Niedlich So niedlich Okay Greifen Wir Wir haben Ja Wir haben Nur Scheiß Truppen Wir haben Geld Wir haben Geld Tötet mal beim Paar von meiner Truppen Nicht Fliegen Töpen Ah du Blöde Sehr schön Löff Gut Scheint Dass wir Nicht In der Burg Kämpfen Müssen So Und Jetzt Da ist Noch Einer Ja Ja Süß Aua Ich habe Eine Scheiß Blutwunde Auf dem Rücken Nein Nein Ein Kleines Wünschchen Ganz winzig Aber Das macht Schon Weh Es kam Auch Sehr Gut Die Blöden Einheiten Mal Weg Die Grossen Ritter Sind Schon Extrem Stark Die Sind Voll Zu Stark Gibt Nichts Was Stärker Ist Da Ist Er Doch Der König Das Ist Doch Der König Boah Der Nein Ist Nord Ist Gar Gott Ist Doch Der An Führ Also Der Vassal Nicht Der König Natürlich Entführtes Mädchen Wurde Verwundet Nein Saftes Zu Flehen Ja Deine Gnade Ausgeliefert Meisterbogen Schützen Schaf Schützen Also Freilassen Veteran Poukenschützen Veteran Huskal Poukenschützen Weg Huskal Ja Ja Lassen Lassen Wir Das Oh Nordischer Kriegsfürsten Gesprungen Aber Aber Kein Rostig Das Ist Gut Schön Life Life Gut Ja Die Welt Hohen Wir Nicht Hoch Aufrüsten Nein Nein Ja Haal Aus Jetzt Muss Ich Das Nicht Noch Blenden Wartet Bis Morgen Wie viele Truppen Haben Wir Denn Hier Steht Nicht Könnten Viele Truppen Sein Taktik Taktik Fähigkeit Hat es Gebracht Gut Und was Ist Jetzt Taktik Fähigkeit Wir werden Jetzt Einfach Angreifen Fertig Scheinbar Schon Viele Truppen Kommt Alle Aber Alle Nicht Nur Die Frau darf Nicht Sterben Lass Doch Die Frau Nicht Vorne Die darf Nicht Sterben Stirbt sie Überhaupt Wir Müssen Angreifen Der Turm Geht Gar Nicht Turm Äh Frau Macht Den Turm Bereit Ohje Muss ich Wider Schützen Spielen Ne Nein Oh gut Dass sie Dürfen Niemals Wir Nach Abhauen Wir Dürfen Nicht Verlieren Sonst Mache Ich Das Alles Ganz Allein Boah Kindpfeile Scheiße Ich muss es machen Der geht nicht Wieso ist das so blöd Wieso kann man das nicht befehlen Oder kann man das befehlen Aber ich weiss nicht wie Ich kenne das Spiel halt nicht so gut Ich will es eigentlich auch nicht so machen Wieso ist das Spiel So Inbegriff Vorwärts Macht Vorwärts Ich habe keine Lust mehr Wie 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 Truppen Das sind Nein Ich mache Meluke Was sind eigentlich meine Restlichen Die sind so dumm Geht doch einfach nach oben Ey Ich glaube es ja nicht Ja Ja Endlich Nur wenn sie Wenn das dort ist Gehen sie nach oben Ja mir ist es egal Aber Wenn sie sie dann einfach wieder aufstocken Das ist halt ein bisschen schwer Okay Blind nach oben Boah wie viele Schüsse der schon aushalten musste Es ist zu viele Es sind einfach zu viele Mann ihr Noobs Seid so Noobs Totale Also die KI ist schlimmer als jedes andere Es ist unmöglich Es wurde gesagt Dass man Burg Nein nehmen kann Die haben unendlich Äh Pfeile Die haben alles unendlich Ja So viele Burgen schützen Das ist ja unmöglich Wir waren aber weit Also wir könnten schon schaffen Aber So nicht Das ist blöd Wieso kann man ein solches Spiel nur entwickeln Wenn es so unfair Ähm Ja Ding ist Einfach unfair ist Verstehe dir Es ist schlecht entwickelt Und so Lacht Ist umsonst gewesen Ach komm Sollen wir nur machen Wie Gelb verdienen Jetzt Tja Wir werden dieses Rebellet Einfach jetzt mal verheeren Wer mich angreift Der muss natürlich Konsequenzen tragen Aber Wir blinken jetzt dieses Dorf Und fertig Wir sind Von Jarls Hurton Hat sich von Fünf Äscher Schlechtert Für Hinde ist sie Verlaub Oh Schön Viele Sachen Jetzt Sie hat König gemacht, also bitte. Nein, etwas besser als Trauben. So, die lassen wir hier. Na, was sagst du jetzt? Oder nicht angreifen. Eben diese Fehlentis. Na gut, wir müssen einfach das dort weg haben, dass die Truppen nicht so patrouillieren dort in meinem Dorf. Ja, die Entwickler sind, glaube ich, Türken, habe ich gehört, oder habe ich das falsch gelesen, oder von einem anderen im Game, aber die Tür haben ja für wenig Geld gehabt, zum das entwickeln. Ja, für zu viele Fehler, das macht halt. Der greift auch an, sie greift auch an. Die Schankwürdigin hat auch geholfen. Wenn ich ein Spiel spiele, werde ich immer nach einiger Zeit, oder wenn ich sehr lange gespielt habe, langsam ein bisschen, ja, sehe ich besser auf die Fehler, sozusagen. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das ist wahrscheinlich einfach so. So. Dass man einfach fokussierter ist, ähm, weil man alles Gute natürlich schon kennt. Vielleicht noch nicht alles, aber je nachdem noch Game. Schon. Und hier habt ihr die Fege. Gut, prima. So. Das noch. Okay, das Pferd ist immer die Abgrenzung, ja. So. 47 Brot, nö. Zwei Damen. Prima, jetzt müssen wir wieder nach Hause gehen, die haben irgendwie Probleme. Ach man, die Schokolade geht aus. Ich muss nachher essen. Ah, jetzt ist leider schon Zeit, hm? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Aber gut, dass jetzt 30 ist. Dann werden wir das nächste Mal uns um Elma kümmern, hm? Wieder. Ein bisschen. Das ist schon wichtig. Alle haben schwarze Flaggen. Hehehe. So. Dann. Ja, machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.